Seine Tochter Die Staffel 1 vor der Staffel 1 Episode 3 Donuts Hat's wieder verkackt. Moritz, bei aller Liebe. Das war doch naiv, wirklich. Ich möchte jetzt verdammt noch mal endlich ankommen im Leben. Was wirklich Wichtiges tun. Und er hat mir versprochen, das durchzuziehen, aufrichtig zu sein. Und nahbar. Ich glaube, er hat's wirklich versucht. Und da geht er alleine, ohne mich zu informieren, noch mal ins Jugendamt. Und wieder kommt er mit nichts. Ich kann... Warte, ich kann... Hey. Du... Du bist jung. Du bist gesund. Vielleicht... Irgendwann. Mit einem anderen Partner. Ich will aber keinen anderen Partner. Man, ich lieb den doch. Dann musst du ihn machen lassen, Moritz. Du kannst ihn in keine Form packen. Der braucht Luft, der braucht Platz, der muss raus. Der ist ein... Zirkusfeld. Ich bin aber kein Dompteur. Das wirst du werden müssen. Führe ihn und mit ihm. Versuch jetzt vor allem langsam Abstand von der Sache zu bekommen. Schlepp das nicht mit in den Job. Habe ich nicht vor. Was soll jetzt dieses dämliche... Na ja. Ich habe das Verschlüsselungsprotokoll der letzten zehn Tage vorhin gelesen. 420 Screenings auf den Code Adoption. Das letzte vor zwei Stunden. Damit ist das schon im Job. Oh, fuck. Wir haben das damals eindeutig besprochen, dass wir Privates raushalten. Es sind Tanz benutzt worden auf den Serverzugängen von Jugendämtern. Hier. Deine Tanz. Ich war das aber nicht. Terrence hat mir nach dem Gespräch im Jugendamt gesagt, er würde sich um das Thema nochmal kümmern. Dass er das nicht auf sich sitzen lässt. Ich habe das nicht ernst genommen, Gerrit. Ich dachte, er spinnt schon wieder rum. Könntest du dich bitte darum kümmern? Ich muss nachdenken. Da gibt es nichts zu denken. Ich kann ihm doch nicht einfach die Tanz sperren. Der Screen also munter, ein Haufen staatlicher Server wegen einem kleinen, bockigen, privaten Rachefeldzug zweier beleidigter schwuler Jungs. Ich habe doch nichts. Aber dein Partner hat... Das ist mir viel zu heiß, Moritz. Das muss aufhören. Sofort. Okay, okay, okay. Gibst du mir das morgen? Ich muss ihm das heute Abend erklären. Er wird bei sowas immer schnell impulsiv, laut, aggressiv. Schafft das mal. Mein Gott, ihr seid dermaßen kompliziert, ehrlich. Soll ich vielleicht noch einen Therapeuten einstellen, oder was? Wenn ich die Kohle hätte, würde ich es machen. Echt. Der hätte gut zu tun. Jenny! Gibst du mir ein Cappuccino und ein Coconut Lime? Für ihn wie immer? Ja, doch. Den Server in Duisburg hat er zwölfmal gescreent. Das ist echt fahrlässig. Verzeihung. Mann, das ist echt scheiße. Immer soll hier neue Kohle herangeschafft werden. Immer ist alles zu wenig. Und immer weise ich darauf hin, dass wir große Geschichten brauchen. Geschichten mit Systemrelevanz. Und dann riskiert das eigene Team mit so einer Nummer einen ganzen Laden. Wieso Duisburg? Duisburg. Na, was weiß ich? Ich geh mal den Kaffee holen. Und die Donuts. Kann ich mir die Tanz nochmal anschauen? Von mir aus? Ja. Das ist ja gar nicht die Firewall vom Jugendamt. Sie sind gerade raus, oder? Total. Computersprech. Grässlich. Ich bin froh, wenn ich mein Word-Programm bedient und Manuskripte gespeichert kriege. Aber Tanz kennen Sie. Braucht man für Banküberweisung, ja. Commerzbank. Woher weißt Du? Der Brief, Fritz. Ah ja, der Brief. Okay. Kriegen wir da jetzt irgendwann die Kurve? Muss man das alles so explizit erklären? Ich muss das sowieso alles sehr vereinfachen. Da kommt der Leser sonst doch null mit. Und ich muss jetzt erstmal wissen, wer Garrett ist. Okay, verstehe ich. Garrett war der Chef von Facted. War? Garrett war der Chef von Facted. Er wollte die Welt verändern. Er war getrieben von Gerechtigkeit und Transparenz. Idealist. Auch ein bisschen Träumer. Er hatte ganz gut Kohle gemacht, irgendwie mit Softwarebuden und wollte dann unbedingt einen laden, der den Mächtigen ans Bein pinkelt. Sie bloßstellt, wenn sie Scheiße bauen. Moritz hatte er auf so einer Techie-Veranstaltung kennengelernt. Das ist der Freund von Terrence. Ja, genau. Der hatte das, was Garrett fehlte. Die Programme im Kopf. So ein Mix aus Computer und Mensch, aber herzensgut. Hauch-Ottist vielleicht. Hornbrille. Der Kassengestell, späte 80er. Facted wurde möglich, weil die beiden... Was? Ich versuche das so einfach wie möglich, okay? Bitte. Also, wenn Sie auf einem matschigen Waldboden spazieren gehen, was hinterlassen Sie dann? Hä? Na, wenn Sie da so rumlatschen. Ach so. Na ja, Spuren von den Schuhen. Ja, genau. Und so hinterlässt auch jeder Mensch, der irgendwie digital rumlatscht, Spuren. Ist ja bekannt. Schon. Und da die Regierungen, Firmen, Redaktionen und Behörden in den letzten Jahren ihre ganzen Archive auch alle ins Netz geschoben haben, kann man eben auch diese ganzen Spuren finden. Auch uralte. Wenn man denn wüsste, wie. Moritz und Garrett hatten ein System gebaut, das alle diese Spuren gebündelt lesen und im richtigen Zusammenhang zeitlich aufbereitet zusammenfassen kann. Auch Verschlüsselte übrigens. Da war Moritz Experte drin. So konnte Facted herauskriegen, wo, wann und auf welchem Thema sich Spuren von Leuten gekreuzt haben und insbesondere auch, wenn Leute versucht haben, das zu vertuschen. Das meinte Terence, als er zu Waldner sagte, Journalisten arbeiten heute anders. Sie sind ein Checker. Hut ab. Aber dieser ganze Tannkram. Ja, das war halt Moritz' Verfolgungswahn. Damit Garrett und er immer intern nachvollziehen konnten, auf welchen Themen von wem recherchiert wurde, brauchte man für alle Anfragen an das System eine Tann. Die verwaltet auch nur Moritz. Damit unsere Computer beim Tracken, also Spuren verfolgen, nicht entdeckt würden, waren die Tanns streng limitiert und nur festen Mitarbeitern zugeteilt. Du hattest Tanns? Ich. Ah ja. Hier, bitteschön. Dein Kaffee und dein Donut. Danke. Terence hat das Jugendamt Stuttgart und drei Berliner Verwaltungen gescreent, aber nicht Duisburg. Aber das sind seine Tanns? Schon, aber... Oh Mann, nein! Was? Das ist zu viel Hafermilch, Garrett. Nur ein Schuss, nur ein Schuss Milch. Kannst du mir mal bitte zuhören? Ich finde das respektlos. Ich betrachte das als persönlichen Affront gegen mich. Als mindere Wertschätzung. Dieser Zimt-Donut funktioniert für mich eben nur mit einem Americano und einem Schuss Hafermilch. Und ich... Jenny! Machst du diesen Beschiste in einem Americano bitte nochmal? Aber nur mit einem Schuss Hafermilch. Nimm Schuss, okay? Der Kaffee muss dunkelbraun sein. Mokka. Mokka, verstehst du? Mokka, Jenny. Mokka haben wir nicht. Nein, ein Americano, der wie Mokka aussieht, bitte. Nicht zu glauben, wirklich. Und sind denn die Tanns eingesetzt worden? Dir aus Duisburg? Deck 4. Emilia? Emilia. Also hat Terence sie weitergegeben. Was für eine Scheiße läuft denn da mit der Verschlüsselung, Moritz? Können wir dann vielleicht mal rausfinden, was die beiden an Jugendämtern so spannend finden? Ich meine, von eurem ganz individuellen Case mal abgesehen. Sie hat sich nicht beim Jugendamt umgeschaut, sondern im Duisburger Strafprozessarchiv. Strafprozesse? Scheiße, das ist vermientes Gelände. Äh, gibt es zu irgendeiner von unseren Storys einen Link da? Nichts. Null. Und wenn, dann wüsstest du es doch am besten. Du bist doch laufend bei ihr. Kann man nicht übersehen, so viel zum Thema auch Arbeit und Privates nicht mischen, ne? Ist klar. Hä? Was soll das denn jetzt, bitte? Ich hab ihr ein bisschen Hilfe angeboten auf ihrem privaten Kram, aber von mir hat sie keinen Zugriff auf unsere Plattform bekommen und gucken ist ja wohl nicht verboten. Das ist deine Sache. Aber dann halt gefälligst nicht den Zeigefinger hoch. Warum dieses Duisburg in drei Gottesnamen? Sie kamen doch aus Wien, oder? Korrekt. Aber ich glaube, die ist echt traumatisiert, Moritz. Ach komm schon, seit wann machst du dir denn um sowas ernsthaft Gedanken? Um Frauen? Die sind doch für dich eher Spielzeug, nur Dateien, sorry, aber... Aber wenn, dann geh bitte vernünftig mit ihr um, okay? Du hast mir da überhaupt nichts zu sagen. Ich kann da sehr gut in den Spiegel schauen. Bei mir hat sich noch nie eine Frau beschwert, auch wenn ich mal klar und deutlich sage, was ich möchte. Das gebe ich Frank und Freizeit. Ist gut, okay. Ich will das gar nicht hören. Bitte, bitte. War Garrett wirklich so? So ein Macho? Macho? Also in meiner Gegenwart nicht. Was soll denn das heißen? Naja, ach, ich glaube, das spielt jetzt echt keine Rolle. Jetzt bin ich aber schon ziemlich gespannt. Hattest du mal was mit ihm? Herr Fritz, das ist jetzt wirklich ein Thema, das... Oh, ich habe den echt nicht so wahnsinnig cool behandelt. Hey, Emi, ja. Warum denn auf einmal so sentimental? Hat er dir was angetan? Ach, was im... Im Gegenteil. Ich glaube, er hat mich tatsächlich sehr gemocht. Und du? Ich habe den zerstört. Hm, das finde ich gut. Dann kriegen wir dich langsam von diesem Image weg. Image? Heldin. Eine gegen alle. Ein kleines bisschen Biest war jetzt mal dran. Ist ja super. Vielleicht war das ja auch nur meine Reaktion auf die Stories, die von ihm und den ganzen anderen Tussen existierten. Vielleicht habe ich mich schützen wollen. Wer weiß das schon. Ich will jetzt nochmal zurück zu den beiden. Ins Donut-Café. Da fängt jetzt ein echt wichtiger Strang an. Ach ja, Duisburg. Was war da? Wo sind denn die Tants eingesetzt worden? Die auf Duisburg? Äh, Deck 4. Emilia? Emilia. Fuck. Sie hat mich so oft gefragt, ob ich ihr erkläre, wie das alles funktioniert. Nach so kurzer Zeit? Sie brauchte Hilfe. Wobei? Bei ihrem ganzen Familiendrama. Und du hast einfach so alles aufgemacht? Nein. Ich fand das zu früh. Was ist denn da überhaupt los? Ja, sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet. Ehrlich gesagt, ziemlich heftig. Offenbar haben ihre Eltern sie ihr Leben lang gelogen. Ihre Mutter wurde getötet. Und jetzt sucht sie die Mörder und ihren echten Vater. Klar. Und wo geht das schneller und effizienter als bei uns? Glaubst Du, dass sie deswegen zu uns gekommen ist? Ja. Und wenn schon. Sie steckt in echten Schwierigkeiten, Moritz. Und ich möchte ihr helfen. Ah, Du magst sie, hm? Keine Ahnung. Weiß doch, ich... Ich würde es echt gerne dabei belassen. Wobei? Wir trennen Arbeit und Privates. Das ist so und das bleibt so. Und deswegen finde ich den ganzen Adoptionskram von euch bei uns auf dem Server auch... Ach, Gerrit. Ey. Scheiß doch mal da drauf. Ich glaube, Emilia würde dir echt gut tun. Die fördert dich und... Und fordert dich. Ah, glaube ich. Also im Gegensatz zu diesen Eulen, die du sonst immer anschleppst. Da kommt dein Kaffee. Schau mal, mach dir deine Hafermilch einfach selbst rein. Sicher ist sicher. Ach, danke du Süße. Na, Gott sei Dank. Moritz, kannst du eben mal checken, was für ein Case das in Duisburg macht? Puh. Was, Puh? Sie hat versucht, Prozessakten herunterzuladen. 14.000 Seiten. Was, Downloads? Scheiße. Von vier Prozessen. Das waren Fälle in 1995 und 1996. Wie alt ist sie, Emilia? Das passt ziemlich genau. Was ist mit der IP-Adresse von ihrem Deck? Ist der Fingerprint nachvollziehbar? Sie war einmal vier und einmal zweieinhalb Stunden auf dem Duisburger Servern unterwegs. Das war vorgestern, da hinterlässt man was. Zumal sie den Download dreimal versucht hat, sechs Prozent hat sie sich gezogen, aber noch hat keiner die Fährte aufgenommen. Also zumindest sehe ich niemanden. Mann, Gerrit, scheiße, ich muss die Tanz deaktivieren, schnell. Da sind alle Decks auf? Alle bis auf Mainz. Wann war das letzte Update? Gestern, 23.14 Uhr. Vielleicht acht Prozent. Maximal zehn. Okay, dann mach das sofort. So. Das ist sowas von unverantwortlich. Vor allem von Terrence. Nicht nur, dass er Editanz gibt, er brieft sie nicht mehr anständig. Downloads, Mann. Machst du ihn zur Sauer, oder soll ich das übernehmen? Ich würde, also es wäre schön, wenn du ihm das konstruktiv erklären könntest. Der ist gerade so ein bisschen labir wie ein Vulkan, ständig am Ausbrechen und... Warte mal. Oh ja, 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 das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hey, mir da. Na, Kleiner, ist alles gut? Pass auf, ich muss dir was erklären. Nein, jetzt hätte er dich doch lang machen müssen. Er hätte den Laden auffliegen lassen können. Hab ich das richtig verstanden? Das war ziemlich an der Kante, ja. Und dann so ein Weichspülgang? Er konnte bei mir nicht anders. Das lief die ganze Zeit so. Ich hab den teilweise behandelt wie ein Deppen. Konnte mir alles erlauben. Ich hab fast darum gefläht, dass er mir mal Ansagen macht, mich zurechtweist. Dann hat er Luft geholt, sich theatralisch aus seinen Stuhl gesetzt und dann kam wieder nur ein Schwall Geseier. Und andere Frau? Mit denen ist er wohl anders umgesprungen. Gnadenlos. Da wurden Geschichten erzählt, ey. Ja, das gibt es durchaus häufiger. Die moderne Psychoanalyse kennt für diese gespaltenen Persönlichkeiten durchaus eine spezifische Anamnese. Na dann. Hatte mal irgendeiner meiner Mörder. Der hat jedenfalls so leise und bedacht gesprochen. Ich hab den kaum verstanden. Na ja, er saß ja im Café. Und Terrence hat neben mir außerdem so laut geflucht und gebrüllt. Der war gerade dabei, den Rendsburger Jugendamtsleiter wegen Spielsucht an die Wand zu nageln, als die Decks auf Standby gingen. Zudem hatte er, glaube ich, 40 Online-Casinos gleichzeitig auf. Und selbst als Test 500 Euro verzockt. Gerrit bleibt seelenruhig, Terrence rastet aus. Verkehrte Welt. Finde ich auch wieder ziemlich rasant. Verkehrung der Motivlage. Emilia, da geht doch wieder was. Könntest du für mich als Laien jetzt nochmal erzählen, warum das alles gegen die Faktit-Richtlinien war? Ich versuche das Geschwafel mal auf das Wesentliche zu reduzieren. Hör zu, Emilia. Wir müssen digital so unbemerkt bleiben, wie es denn irgend geht. Ein Privatdetektiv darfst du beim Beschatten ja auch nicht entdecken, sonst macht er seinen Job scheiße. Ich hatte doch vor dir diese Woche die Plattform genauer zu erklären. Habe ich doch gesagt, warum wir Tanz haben und weshalb wir auf gar keinen Fall Dateien runterladen dürfen. Ich meine, nicht, dass du das falsch verstehst. Ich finde das ja super, dass du so neugierig und so ehrgeizig bist, aber... Ja, ja genau, das System wird jetzt justiert. Ja. Ein paar Stunden. Aber dann würde ich mich gern mit dir hinsetzen. Was? Ja, ich finde es gut. Ja, ist ja richtig. Geh du mal ein Bier trinken. Ich melde mich dann. Ciao. Nicht dein Ernst. Ich fand das irgendwie auch nicht so richtig männlich. Das fehlt genau. Männlichkeit. Da muss mal ein Schwanzvergleich rein. Kann ich leider nicht bieten. Im doppelten Sinne. Nee, nee, Ansage. Wenn Terrence nach der SMS Moritz ständig anrufen würde und der... Das ginge, wobei... Doch, das könnte wirklich gehen, wenn man jetzt... Boah, der ruft schon zum vierten Mal ein. Terrence. Ja, hier ist Gerrit. Pass mal auf, das ist meine letzte Warnung. Meine allerletzte. Wenn wir deinen Scheiß hier nicht zufällig gefunden hätten, wären wir spätestens morgen früh unser ganzes System um die Ohren geflogen. Fahr deinen beschissenen Adoptionsrache-Feldzug über Google, aber nicht über uns. Außerdem hast du Tanz an eine Mitarbeiterin weitergegeben, die noch keinen Deck-Clear-Account hat und auch noch keinen haben sollte. Das ist ein verfickter Kündigungsgrund. Du bist morgen um halb neun bei mir im Office und Emilia soll direkt danach kommen, um viertel vor neun. Der werde ich auf meine Art unser System erklären. Und du gehst jetzt mal einen verdammten Kaffee trinken und fährst dich ein bisschen runter, klar? Ich will da keine Diskussion. Hast du mich verstanden? Halt aufgelegt. Du schmeißt den doch nicht raus, oder? Würde ich gern machen. Aber ich kann's mir nicht leisten. Er ist nun mal der Beste. Und die Kleine? Die hat mir einiges zu erklären. Also wenn du möchtest, also weil du ja sagtest, du würdest ihr gerne helfen, ich könnte ihr ein Kram jetzt entschiffrieren. Ist ein bisschen aufwendiger, aber dann hätten wir das sofort hier auf dem Notebook. Und weil du ihr ja heute die Leviten lesen willst, dann wärst du aber auf ihrem Stand der Dinge. Wäre das für dich in Ordnung? Also ich möchte jetzt erstmal diesen Donut hier essen und diesen kalten Kaffee hier trinken. Wäre das für dich in Ordnung? Jetzt hab ich auch Bock auf einen Donut. Haben Sie noch irgendwas Geiles da? Wie viel willst du denn noch essen? Du hattest doch schon Pizza, Pasta, Schokolade. Was halten Sie davon, wenn Sie mal eben zur Tacke gehen und noch irgendwas Leckeres besorgen? Gummibärchen, Lakritz und Chips. Wie jetzt? Nicht auch noch Kekse? Doch, gerne. Ein bisschen frische Luft tut vielleicht ganz gut. Hier liegt eh nur altes Zeug rum. Nichts, was dich interessieren könnte. Vielleicht schaue ich ja nochmal in eines ihrer Bücher. Oh ja, dann gehe ich jetzt wirklich lieber mal kurz rüber. Bin gleich wieder da. Scheiße, fünf anrufen von anderen. Ich muss jetzt warten. Bekenntnis eines Verleumdes. Was schreibt er denn so? Das hier ist Kapitel 9, Seite 232. Er wünschte sich mehr Weisheit, mehr Erfahrung, die er hätte jetzt anwenden können. Und nicht zuletzt auch mehr Kaltschnäuzigkeit, die ihm helfen würde, das Gesicht von Grevas bei seiner Festnahme einfach zu vergessen. Den ganzen Mist einfach abzureißen wie ein Pflaster von einer Wunde, die jetzt Luft brauchte zum Verkrusten. Zumindest so lange, bis die Anklage erhoben werden würde und er dort wieder Stünde im Kronzeugen stand. Das dann insgesamt neunte Mal, wie immer in gestärktem Hemd, geputzten Schuhen und stets vor seiner Aussage, mit dem obligatorischen Lächeln zur Stenografie, so sie denn weiblich sei, in Erwartung, ob diese Geste erwidert würde oder eben nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht... Hallo, das ist Hans Scherpenzeel. Vielleicht kann ich auf dem Moment den Telefon nicht aufnehmen. Latenbericht achten an der Piepton und an die Nummer. Ich werde die so schnell mögliche zurück. Danke, Herr. Hallo, hier ist Hans Scherpenzeel. Im Augenblick kann ich leider nicht an das Telefon gehen. Bitte hinterlassen Sie mir doch eine Nachte-Nachte-Piep-Zeichen. Hey, Emilia hier. Geht's dir gut? Bitte ruf mich mal an. Es geht um den ersten Prozess. Ich... Ich müsste etwas wissen. Dringend. Schau mal, was ich hier habe. Cool. Ich hab ein bisschen im Verleumder gelesen. Na ja, was soll's. Es ist schon von den Schlechtesten das Schlimmste. Ich mochte das irgendwie. Sie haben das so bildlich beschrieben, seine Aussage und davor das Lächeln zu diesem Steno-Dings. Stenografin. Klingt irgendwie echt erlebt. Echt, ich seh's voll vor mir. Das ist der Sinn von einem Buch. Wird meins auch so? So sichtbar? Also, wenn du das Level hältst, könnte es sogar ausnahmsweise ganz gut werden. Haben Sie eigentlich recherchiert dafür, für den Verleumder? Waren Sie im Gericht? Ich kenne Gerichte von innen, ja. Geil! Ein Kracher. Also, so toll ist das nun auch nicht. Nein, ein Kracher. Du, du weißt drauf, er kracht und dann wird der innen weich. Wie Gerrit. Hey, ganz gut. Wasser? Geht schon. Danke. Ja, der war eigentlich wirklich ein Kracher. 795 Seiten hat das System im Lock. Sind die chronologisch? Gott sei Dank nicht. Dann würde es im Nachhinein noch mehr auffallen, dass jemand genau diese Files gescannt hat. Ich hatte für den Fall der Fälle einen Splitter programmiert. Der zapft alle 64 Bit eine andere Stelle am Ordner an. Das wird Emilie am Zweifel dann nicht viel helfen. Bist du dermaßen verknallt? Hör doch mal endlich auf damit. Ey, stell doch nur fest, dass Herr Gerrit Steiner endlich einmal die Kontrolle über sein ich abgegeben und sich verloren hat. Im Gefühl und so. Naja, ich hab die Dokumente doch schon nach Datum sortiert. Das muss ein Mammutprozess gewesen sein. Fast zwei Jahre. Hier ist ein Auszug aus dem Urteil, aber leider fehlen zwölf Zeilen. Fuck. Zwei Jahre? So lange dauert das eigentlich nur bei einem fetten Steuervergehen oder einem Kapitalverbrechen. Jenny, machst du uns nochmal das Gleiche, bitte? Logisch. Auch Donuts? Ja. Nein. Was jetzt? Ja, er, ja, ich, nein. Und für mich jetzt bitte einen Ingwertee. Können wir Keywords-Filtern? Mit der Consecutive-Kette? 100-Attack? Spitzer. Geh mal auf 70. Warte mal. Ey, das ist ja wie früher bei uns im Keller. Da kommt was. Krass. Ah, das war offensichtlich ein OK-Fall. Organisierte Kriminalität. Genau. Und dann ein Hauptangeklagter. Einer vier Typen wollten sie wegen Beihilfe drankriegen. Und es gab eine Kronzeuge, nee, warte mal, zwei. Wobei den einen hat der Richter auf Antrag der Verteidiger nicht zugelassen. Wo lag Emilias Aktivität? Wo war sie dran? 56 Prozent auf der Kronzeugin. Und wir haben hier ein relativ vollständiges Dossier zu dem Befangenheitsantrag der Verteidigung, also den anderen Zeugen betreffend. Das hat sie angefangen zu lesen. Der war, warte mal, warte mal, hey, Kriminalkommissar. Ah, die Exekutive mischt mit. Wunderbar. Ist das vielleicht doch offiziell was für uns? Für die Fekte? Gerrit, das ist eine Generation her. Die Aktenlage ist, wenn überhaupt, allenfalls halb gar. Wenn wir uns die jetzt in Gänze ziehen, stinkt es bis zum Himmel. Und eigentlich belasten wir diese wunderschön leckeren Donuts nur mit diesem ganzen Zeug, weil du gegenüber einer äußerst süßen Praktikantin den Seelensorger machen möchtest. Warum nicht das Notwendige mit dem Sinnvollen verbinden? Ich helfe dir wirklich gerne, aber hast du mir vorhin nicht fast den Arsch versohlt wegen dieser Adoptionsnummer von Terrence? Privates im Office? Ich dachte, die Fekte ist wegen Korruption am Start, wegen Sauereien, wegen der großen Storys. Jeder großen Story wohnt ein kleines Opening inne. Ja, und jede Orgie beginnt mit einem kleinen Ständer, in diesem Fall deinem. Ja, Moritz, ich hab das jetzt verstanden, okay? Jungs, bitteschön. Oh, cool. Das passt ja alles. Geil scharf. Oh, danke Jenny. Na klar. Was, was hat sie denn überhaupt erzählt, deine Süße? Sie hat mich gefragt, ob die Plattform weiß, wer sie ist, weil alles, was sie glaubte zu sein, verarsche war. Überleg doch mal, ihre Mutter kommt von jetzt auf gleich gewaltsam ums Leben und ihr Vater ist gar nicht ihr Vater. Da waren wir vorhin schon, das, das kommt in den besten Familien vor, leider. Aber alle Spuren von dem ganzen Schlamassel in Wien werden in Windeseile vertuscht. Niemand gibt was preis. Keine österreichische, keine deutsche Behörde, keine Presse berichtet. Nur das Stichwort Berlin kann sie aufschnappen, haut ab und kommt völlig traumatisiert hierher. Scheiße, für die Kleine wirklich. Aber was hätte das, wenn wir ihr nicht helfen wollten, mit Fekte zu tun? Das, das klingt allenfalls nach einem ziemlich belanglosen Kriminalroman. Ziemlich frech in mir. Sorry, das musste jetzt einfach sein. Wollte nur mal wissen, ob sie langsam müde werden. Ich arbeite nachts. Die Maschine läuft jetzt langsam an. Zeit für den ersten Espresso. Du auch einen? Ach ja. Ich mach schon. Ich mach schon. Hallo, Dickie von Schönen, Gerrit. Ah, mein Gott sei Dank. Scheiße. Was ist los? Ah, das zog gerade wieder so in meiner Hand. Apropos, Hand aufs Herz. Hast du Gerrit benutzt? Ich musste an die Plattform ran. Und er wollte an mich ran. Ich mochte ihn ja irgendwie. Und naja, er mochte mich ziemlich. Es war also so etwas wie folgerichtig. Folgerichtig? Donnerwetter. Sie wollen mir jetzt hier doch nicht mit Moral kommen, oder was? Nö, gar nicht. Für Geschichten sind Ziele wichtig. Und was man willens ist, für sie aufs Spiel zu setzen. Beides hast du jetzt definiert. Ich hatte das nicht geplant. Aber du hast es gemacht. Ich sagte ihn ja. Ich bin ein Arsch. Prozessgeschenk, dieser Prozessgeschenk. Ich kam da nicht von ungefähr drauf. Na? Als ich Gerrit das erzählte, was ich erlebt habe, hat er sich immer nur diese eine Frage gestellt. Warum untersuchen weder Behörden noch Presse und auch keine Polizei diesen Mordfall in Wien? Und offensichtlich wird nach Emilia auch nicht gefadet. Zumindest nicht offiziell. Das müsste man ja dann erklären. Ja, die werden schon ihre Gründe haben. Vermutlich. Wir hatten doch auch mal so einen V-Mann. Ganz am Anfang, weißt du noch? Der Typ, der verschwunden ist, obwohl er eigentlich schon drei Jahre vorher verschwunden war. Ja. Der ist dann verschwunden, weil er zu viel wusste. Ja, man muss sich schon ganz genau aussuchen, über was man ganz viel wissen möchte. Willst du zum Test mal aktive weibliche V-Leute in Wien checken? Das ist nach Ibiza alles gesäubert. Naja, ich könnte... Ich habe aber auf so unappetitlichen Kram eigentlich keine Lust. Dafür mache ich das hier nicht. Das war auch nicht unser Ansatz, als wir... Wenn ein Kapitalverbrechen, vielleicht sogar von Staaten in Kooperation oder den Teppich gekehrt werden soll, dann ist das einerseits unappetitlich, ja, aber andererseits eben auch systemrelevant. Was ist mit Zeugen? Das sind... Leute, die auch zu viel wissen. Manchmal sogar aus Versehen. Sei niemals zur falschen Zeit am falschen Ort. Und sag dann noch was gegen die falschen Leute. Vielleicht jemand im Zeugenschutz? Bei dem der Schutz von offizieller Seite mal so richtig schief gegangen ist? Jetzt stell dir mal vor, wie viele von diesen angeblich geschützten Zeugen dann so richtig die Hosen voll hätten, wenn das rauskäme. Ist das eine Story oder ist das keine Story? Ihre Story. Ein Fall. Fünf Fälle? Zehn? Ist dann unsere Story? Wir haben vor gerade einmal einer halben Stunde die Tanz deaktiviert. Du hast mich zur Sau gemacht und Terrence auch, weil wir mit privaten Angelegenheiten auf der Plattform unterwegs waren. Und das jetzt hier ist alles privat pur. Ja, ist ja richtig. Komm, lass uns los. Ich würde jetzt gerne noch kurz austreten, ja? Okay. Schnapp dir das Keyword Zeugenschutzprogramm. 20er Tag. Ganz spitz. Und jag es rüber über ihre Files. Gerrit. Mach. Ein spitzes Tag? Also, je spitzer das Tag, desto intensiver piekt die Nadel in den Heuhaufen. Abwägung. Gerrit riskierte auf allen Geschichten meistens maximal 40er Tags. Bei ganz spitzen Tags sucht die Plattform so krass intensiv nach Infos, dass sie in den Quellen eigentlich viel zu deutliche Spuren hinterlässt. Das macht die Suche gefährlich und für clevere Dritte nachvollziehbar. Gerrit, hat dir die Plattform erklärt? Noch an diesem Abend. Wie kam das dazu? Moritz hatte mir eine Sprachnachricht gemacht. Gerrit und er hatten gerade das Café verlassen. Emilia, hör mal. Ich weiß also, der Gerrit, der mag dich richtig. Der ist, ja, der ist sowas von verliebt in dich. Ich hab den noch nie so erlebt mit seinen Gefühlen. Der, ja, der ist normalerweise, also mit den Gefühlen hat das nicht so. Aber bei dir ist das anders. Er will, er will dir mit dem System helfen. Also, er wird es dir vollumfänglich erklären, wenn es wieder läuft. Und deinen Familienkram da analysieren. Und ich sag dir ehrlich, ich find das scheiße. Aber er ist nicht davon abzubringen. Also, bitte tu mir einen Gefallen und überreiz das nicht. Weil, wenn wir nicht vorsichtig sind, ist defekte ganz schnell Geschichte. Und Gerrit, der, der hält gerade kein Maß wegen dir. Also, bitte, bitte frag auch mich, wenn dir bei den Recherchen irgendwas komisch vorkommt, okay? Das ist ja der Hammer. Moritz weiß, dass du alles kriegst, was du willst und bittet dich, nicht alles zu nehmen, was du haben kannst. Ein Dreieckspielchen aus Begehr, Berechnung und Bändigung. Das hatte ich auch noch nicht. Sie finden das cool? Ja, unbedingt. Du hast zwei Dinge in deiner Hand. Den Mann und den Apparat. Lässt du den Mann zu sehr aufmachen, muss der Apparat irgendwann vermutlich zumachen. Und damit ließtest du alle mit über die Klinge springen. Du hast plötzlich eine enorme Verantwortung. Ein klasse Konflikt. Ziemlich klasse. Man könnte es noch auf die Spitze treiben. So ein Espresso macht ja ganz ordentlich was mit ihnen. Sie sind, sagtest du, getrennt losgezogen vom Kaffee. Wenn Gerrit dir nun auch... Er hatte erst dreimal versucht, mich anzurufen. Und dann? Hey. Na, Miriam? Warum gehst du nicht ran? Du, ich hab da, glaube ich, was für dich. Das wird dich echt freuen. Werde ich dir nachher im Office alles erklären. Aber das Ding wird dem Team gegenüber als offizielle Faktet-Recherche laufen, okay? Ich werde das alles so darstellen, dass wir an einer fetten Zelle von organisierter Kriminalität dran sind, die seit 25 Jahren von Teilen des Staates gedeckt wird. Und dass ich möchte, dass du das recherchierst, aber alle Schritte vorher mit mir abgleichst, okay? So ist das auch mit Moritz abgesprochen. Also, der ist dabei. Bitte kein Wort zu niemandem. Bis nachher. Ich küss dich. Ciao. Ich glaub, ich werde beide Nachrichten machen. Beide? Das sind so wunderbare, gegensätzliche Motive. Es reicht eine, finde ich. Wie? Es gab nur eine? Ich muss dringend aufs Klo. Das Gäste-WC ist am Eingang, gleich links. Danke. Was hat denn dieser, dieser Spitze-Tech eigentlich ergeben? Diese Zeugenschutz-Nummer? Gleich. Ups. Die Handcreme bei Ihnen im Gästebad riecht echt gut. Vanille. Dein Handy hat geläutet. Holländische Nummer. Echt? Ich muss da sofort zurückrufen. Geh doch ins Wohnzimmer. Ich... Hallo? Hallo? Konstantin von Jascherow, Vinzen Skiefer, Peter Lohmeier, Luise Großmann. In Seine Tochter, die Staffel 1 vor der Staffel 1. Folge 4, demnächst hier. Seine Tochter zum Sehen, auf seine-tochter.de. Seine Tochter, die Staffel 1.